guten abend liebe geschwister und freunde wir haben heute ja wir haben spontanen impuls gekriegt von herrn also von gott wir gucken gern fußball jetzt wo die em vorbei ist dann sind wir wieder hier auf dem sportplatz hier in edingen angewiesen da wo wir wohnen und heute haben wir ja so richtig das war geil lauter türken alles machos voll geil von denen das thema ist heute also wir äußern uns heute zum thema geschlechtsumwandlung auf dem weg zu geschlechtsangleichung wie manche leute das auch nennen also von den etwa 22 leuten die da auf dem sportplatz gesehen habe da wird niemals jemand auf die idee kommen sein geschlecht umzuwandeln die wissen alle wir sind die härtesten wir sind männer und das ehrlich gesagt also ich bin ja hier umzingelt von türken und ich lerne von denen so viel die scheißen darauf und es wird ja von unserer regierung mittlerweile dermaßen propagiert und mir ist sogar ein passender popsong aus ich weiß gar nicht ob 60er oder 70er ist eingefallen leider nicht und den kennt vielleicht sogar einige von euch ich gebe jetzt einfach mal die erste und die dritte strophe zum besten also zum besten aus meiner sicht so gut bin ich ja gar nicht und ich äußere mich dann nachher auch entsprechend dazu wir würzen das dann auch mit entsprechenden bibel stellen und meine frau zeigt dabei ihre schönen beine nein ich habe sie in einem club in ozoha wo man trinkt champagne und es schmeckt wie scherry cola Damals gab es schon Sherry Cola. Ich mache jetzt gleich die dritte Strophe. Und da kommt eine Textzeile vor, die mit unserem anschließenden Vortrag etwas zu tun hat. Und jetzt kommt's. Ich wiederhole nochmal die entscheidende Textzeile. Girls will be boys and boys will be girls. It's mixed up. Models up. Except for Lola. Und es wird ja überall propagiert heutzutage. Und wir sind halt jetzt auf dem Weg zu dem Macho-Türken-Fußballspiel, worauf wir uns sehr gefreut haben. Wir freuen uns immer, wenn wir wichtige Männer sehen. Meine Frau sowieso... Also ich interessiere mich halt für Gewalt und meine Frau für Männer. Völlig normal. Und... Ähm... Ja, äh... Wir sind nach Hause gelaufen? Ne, ne, ne. Wir sind hingelaufen. Du möchtest das nicht sagen mit dem... Ja. Ja, aber das war doch auf dem Hinweg. Ne, es war auch gut, wo du zurückgekommen sind, oder? Ich war vorhin schon mal draußen, hab ich das schon mal gesehen. Dann fangst du an. Ja, ne, erzählst du? Ne, stimmt. Ich war ja vorher schon mal auf dem Fußballplatz. Da kam mir diese Person schon entgegen. Ich dachte noch, das ist eine komische Frau. Die war also auf jeden Fall ein bisschen zweikult viel größer als ich und voll dün und hat auch keinen Popo gehabt. Jetzt so wirklich... Also meine Frau hat sie zweimal gesehen? Oder den? Oder es? Oder wie das heutzutage heißt? Und da hab ich noch... Ich hab dasjenige gegrüßt und es kam mir sehr komisch vor. Und dann, als ich mit ihm dann nochmal hingelaufen bin, ich hab ihn abgeholt von zu Hause. Sind wir nochmal hin? Und da haben wir auf dem Hinweg ihn wieder herkommen gesehen. Oder sie. Und es ist allen beiden gleichzeitig aufgefallen, dass man genau weiß, ist es Männlein oder Weiblein? Also ich würd schon eher Männlein sagen, aber... Aber es waren zwar auch für sie in Busen zu sehen. Ja, genau. Und ich mein, es scheint anscheinend voll im Trend zu sein, da nicht mehr zu wissen, in welchem Körper man steckt. Ich will noch ganz kurz sagen, an wen uns dieses Geschäft sehr stark erinnert hat. Und wie hieß es? Georgina Kellermann, glaub ich. Ne, wir haben uns sogar zwischendurch noch eine Viertelstunde gestritten. Das ist eines unserer Hobbys. Ja, ich dachte irgendwie... Man kann ja nicht immer Sex haben. Markus Ganserer und so, aber das war es auch nicht. Also der war es nicht. Der war es nicht. Also das sieht nicht so aus wie derjenige, diejenigen, die wir gesehen haben, sondern die Georgina oder Georgine... Kellermann. Kellermann. Heißt eigentlich, ist es der Georg Kellermann? Und zwar war der ein Fernsehjournalist bei der ARD. Hatte allerdings dann Coming Out. Das heißt, er hat gesagt, er ist eigentlich eine Frau. Äh, obwohl er es ja nicht ist. Im September 2019. Ja, Georgina nennt er sich jetzt. Und läuft nur noch mit Frauenklamotten rum. Und der hat so eine schöne Frisur gehabt, wie derjenige, den wir gesehen haben. Stimmt's? Ne, ich finde der, den wir gesehen haben, hat eine schönere Frisur gehabt. Findest du? Der hat wenigstens lange Haare gehabt. Hat er gehabt? Hat er gehabt. Ich finde, es war auch schon ziemlich wenig. Also die Haarfarbe war das gleiche. Also weiß. Aber die Bewegungsart, die war irgendwie so eine Mischung zwischen männlich und weiblich. Und das hat mich wirklich irritiert. Ne, es haben ja männlich, also wie der Glauben ist. Also ich glaube... Ja, aber irgendwas hat uns doch irritiert. Ja, die Affelzinn-Rusen haben wir ein bisschen. Du bist ja sicher, dass du Affelzinn gesehen hast? Ja. Ja, okay. Also ich war auch irritiert, wo ich den gesehen habe. Jedenfalls hat uns das zu... Aber man kann es ja so Brustimplantate einpflanzen lassen. Kann man ja machen. Also... Heutzutage. Also wir wollen jetzt keine Reklame dafür machen, sondern im Gegenteil darauf hinweisen, dass es also insbesondere in der Heiligen Schrift, ihr wisst ja, dass wir versuchen Christen zu sein, mehrere Hinweise darauf gibt, dass es im Grunde nur zwei Geschlechter gibt. Nicht nur im Grunde, sondern auf jeden Fall gibt es nur zwei Geschlechter. Also ich habe tatsächlich mal einen Zwieter kennengelernt, das habe ich schon mal... Jetzt hört mir doch mal zu. Ja, aber der hatte auch ein Hauptgeschlecht, oder? Ja. Wie war das nochmal mit... Die Frau war also ein bisschen Mann unter. Ich war in der Gemeinde, aber auch nur... Das ihr ist die Gemeinde. Das ist unsere Gemeinde. Die besteht momentan aus uns beiden und zwei Katzen. Ach, da hinten steht es ja sogar nicht. Aber das ist natürlich Spiegelschrift, ne? Ja, und wenn du mich weiterhin abbrichst, dann können wir gleich nochmal anfangen. Wie ihr seht, bin ich... Wenn ich nicht Sören heißen würde, wenn es das Wort Nervenstärke nicht schon geben würde, dann hätte es für mich erfunden werden müssen. Zeit für ein Gerücht. Und meine Frau widerspricht, aber den Geist treibe ich eher. Sobald die Kamera aus ist, auch noch raus. Der Geist der ihr Sehbe. Ich habe da in meiner Körpermitte mehrere Möglichkeiten. Ja, jetzt können wir einfach mal so eine Bibelstelle bringen, würde ich sagen. Was fangen wir denn an? Also ich meine, das Grundthema ist ja schon... Ich meine natürlich, also ich habe das schon mal erwähnt. Also ich habe tatsächlich mal einen Twitter kennengelernt, aber das passiert halt einmal in 100.000 Fällen. Das ist also die absolute Ausnahme. Und das war gerade ein Typ, der war so cool, der hat damit überhaupt kein Problem gehabt. Und dem ist es ultra peinlich, was zum Beispiel momentan von unserer aktuellen Regierung propagiert wird. Ich sage zwar immer, ich bin apolitisch, aber irgendwie schaffe ich es nicht, die Finger aus dem Dreck zu kriegen. Ich weiß, dass meine Nerven noch stabiler wären, wenn ich mich mit sowas gar nicht mehr beschäftigen würde. Aber man kann ja nicht mehr anders sagen. Es gibt zum Beispiel... Also es gibt natürlich... Also ich glaube persönlich, dass... Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der... Ja gut, der war eher so fernöstlich religiös angehaucht. Ich habe mit dem gearbeitet und wir hatten eine relativ simple Tätigkeit. Und da hat man viel gezeigt, sich zu unterhalten. Es war im Hochsommer. Wir waren beide bloß in der Unterhose da gestanden, weil wir geschwitzt haben wie die Säue. Und mussten da Winterklamotten in Kartons packen. Im Lager ohne Klimaanlage. Und wir haben uns einfach so ausgetauscht. Ich als Christ, er als fernöstlich orientierter und so. Keine Ahnung, Buddhist, Hinduist. Ich habe es nie richtig kapiert. Ich habe auch den Unterschied nicht richtig kapiert. Aber... Also der fährt immer nach Indien. Ich kenne den persönlich und so. Netter Kerl. Wir waren uns sehr sympathisch. Und da haben wir uns einfach mal ausgetauscht, wie wir das alles so sehen. Wie komme ich jetzt darauf? Freue ich mich auch. Genau. Und er hat mir das mal so erklärt. Und ich glaube, da ist sogar was dran. Das steht jetzt nicht in der Bibel. Also es gibt ja mehrere Bewusstseinsstufen. Und... Also ich glaube, dass alle Menschen bisexuell sind. Aber die meisten orientieren sich halt dann nach dem anderen Geschlecht. Und normalerweise gibt es halt Mann und Frau. So hat es Gott irgendwann mal eingeführt. Und da kam es in Folge der Degeneration ab und zu mal zu Unglücken. Und man kann für die Leute, die halt zu da sind, beten. Und ich habe, wie gesagt, tatsächlich mal einen kennengelernt, der damit wunderbar klarkommt. Der war voll locker drauf. Konnte super Skat spielen. Also vor sowas habe ich immer Achtung. Ich will dir ganz kurz widersprechen. Ich sehe es nicht so, dass wir alle bisexuell sind. Ich war schon immer schon im Kindergarten halt an Jungs interessiert. Niemals an Frauen. Also was liebestechnische Sachen betrifft oder so, ja. Ich hatte schon Freundinnen. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, die zu küssen. Niemals. Bitte schreibt nachher in die Kommentare, welche Argumente ihr besser findet. Die männlichen oder die weiblichen. Wer hat dich zuerst geküsst? Ein Männer oder ein Weiblein im Kindergarten? Da fing es nämlich an, John, bei uns. Warum gab es denn zuerst einen Mann? Das ist die erste Stelle in der Bibel, wo Gott einen Fehler zugibt. Es gibt zwei Stellen, wo Gott in der Bibel einen Fehler zugibt. Beides in 1. Mose. Beim ersten Mal ist es Adam, wo er dann sagt, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Haben wir die Stelle parat hier? Ja. Wir haben diese Stelle, wo es steht, dass... Das ist... Ah ja. Das ist mit Menning. Das war eins später. Ja, genau. Und... Also Gott sagt dann, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Also er hat ja als erstes Adam erschaffen. Ich schätze, das war vorher etwa 6.500 Jahren. Das ist meine Überzeugung. Ja, vor 6.000 Jahren. Konnte bis jetzt keiner einen Gegenbeweis liefern. Und meine Frau hat einen Widerspruchsgeist. Das dürfte er einfach nicht ganz nehmen. Wenn wir das nachvorstellen... Schatzi, jetzt mach... Lass doch mal meinen Film laufen. Jawa. Du bist hier zuständig für... Circa 6.000. Seh einfach gut aus. Ich versuch's. Dann freuen sich die Jesus Freaks Stuttgart. Hi. Hör auf. Und Gott sagt dann, ja, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Der zweite Fehler war übrigens, den er zugibt. Nur zweimal kommt es vor in der Bibel, wo Gott einen Fehler zugibt. Beim zweiten Mal, das war kurz vor der Sinnflut, wo er sagt, es reut mich. Wenn du predigen willst, dann mach's, aber... Ich wollte dir helfen, weil du gerade... Ja, Schatzi... Also, Entschuldigung. Es reut ihn, dass er sie erschaffen hatte, die Menschen. Wir wollen hier irgendwas von Einheit erzählen und streiten uns... Ich wollte dir nur helfen. Weißt du, wie peinlich das ist? Ist mir peinlich. Ich hab dir nur geholfen. Ich hab überhaupt keine Hemmungen, das zu veröffentlichen. Okay. Wie ihr seht, ist das ja die Harmonie überhaupt. Ich wollte auch dir nur helfen. Die anderen nicht. Manchmal ist uns langweilig. Und dann fangen wir immer Streit an, wo das Auto erfunden wurde. Sie kommt ja aus der Nähe von Stuttgart. Und ich komme aus der coolsten Stadt überhaupt, nämlich Mannheim. Und selbstverständlich wurde das Auto in Mannheim erfunden. Nein, in Ladenburg. Von Karl Benz. War ein Ladenburg. Das gehört ja dazu. Dann kommt sie mir mit Daimler aus Stuttgart. Und dann sag ich immer, aha, und wer hat den ersten Autounfall verursacht? Das war die Frau von Karl Benz. Das haben wir alle schon mal besprochen. Das ist so langweilig. Das ist nicht langweilig. Das ist genauso historisch wie Tatsache, dass Gott zweimal einen Fehler zugegeben hat. Er hat was bereut. Das war nicht wirklich ein Fehler. Ja, er hat erkannt. Huch, da muss ich nochmal was korrigieren. Und er ist so ehrlich, dass er das zugibt. Jedenfalls merkt er, okay, das war ein Fehler. Und dann hat er halt, da gibt es ja zwei Berichte. Also zu kompliziert. Wenn er es mir nicht glaubt, ist ja langweilig. Er wird immer so kompliziert. Er ist doch einfach das, vor was ich da abschiebe. Tug doch was oder doch. Darf ich das sagen mit dem, was Gott gemacht hat? Du darfst es mal was vorlesen. Also er hat ja selber gesagt, Gott hat gemerkt, es ist nicht gut, dass der Adam ganz allein ist. Ey, ey, Lola. Ich möchte mich jetzt veräppeln. Ich möchte mich jetzt veräppeln. Und dann steht in 1. Mose 2, Vers 23. Da sprach der Mensch, also Adam, das ist endlich Gebein von meinem Gebein. Als er die Eva gesehen hat zum ersten Mal. Und Fleisch von meinem Fleisch, die soll Menin heißen. Ja? Menin heißen? Denn vom Mann ist sie genommen. Und was ganz wichtig ist in dem Zusammenhang ist, also, das ist ja im hebräischen Urtext, heißt Mann, ich, und Menin, Isha. Das ist der Beweis, dass Kurpfälzisch die Sprache Gottes ist. Isch und Isha. Genau. Und deswegen hat Luther übersetzt Menin und nicht Frau, sondern das ist im gleichen Textbaustein. Hat das verstanden? Auf Kurpfälzisch? Also, das weiß ja jeder, dass Mann und Frau überhaupt nicht zusammenpassen außerhalb des Betts. Und jeder, der mal vereinbart war, kann so nachschreiben. Das stimmt nicht. Also der Mann denkt immer Isch, und die Frau denkt immer Isch a. Isch a. Ich auch. Auf hofdeutsch, ich auch. Isch a. Und es geht nur auf Kurpfälzisch und auf Hebräisch. Und ja, das kommt zum Schluss. Und der Adana hat sich halt tierisch gefreut. Achso, ist was zuvor gelesen. Das habe ich schon geschrieben. Ja und, also wenn überhaupt, also Taschel Gott hat ja selber mal, wo ist das mit der Henne? Das ist hier. Jerusalem, Jerusalem. Also. Matthäus 2337 steht. Also Gott würde schon die zwei, warte doch mal kurz. Ja, da kann man nachschlagen. Das teilt doch einfach mal die Klappe. Ich sag nur, wo ist das geschehen steht. Henne. Gorgelhahn. Okay, lest. Aber sprich. Ihr seht, ihr werdet nicht verarscht, das ist alles ehrlich, was wir hier machen. So geht es bei uns jeden Tag ab. Du sollst jetzt einfach mal sprechen. Und ne, das ist aber, ne, man muss das aber, die decken doch, ach, ist ja auch scheißegal. Ja, da stellen die Bibelstelle, ich sprich dazu und dann lese ich die Bibelstelle. Jo, weib jetzt, du hast einen Widerspruchsgeist. Nein, ich erklär, wie das vorangeht. Ich teile einfach mal aus. Ja, danke, dass ich diese süße Maus da habe und so und gebe ihr einfach die Ruhe, die sie jetzt braucht. Amen. Ich hab Ruhe. Jetzt darfst du's reden. Wo waren wir? Henne. Zum Thema Geschlechtsumwandlung oder Geschlechtsangleichung an die dummen Gedanken, die manche Leute haben, dass sie nicht das richtige Geschlecht haben. Das halt da, also Gott hat ja beide Geschlechter. Den Beweis liefere ich euch mit folgender Bibelschild, die meine Werte Gattin vorlesen wird. Ja. Und zwar äußert sich Jesus persönlich in Matthäus 23, 37 folgendermaßen. Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen wie eine Henne ihre Küken. Jetzt hab ich keine Brille auf. Moment. Bis jetzt stimmt's. Vielleicht ein bisschen langsamer. Fangen wir mal an. Jerusalem, Jerusalem. Etwas langsamer. Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen wie eine Henne ihre Küken. unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Also er vergleicht sich selber da mit einer Henne quasi. Aber wir wissen ja alle, dass er eigentlich der Vater ist. Wir reden ja mit Vater und seinem Himmel. Das heißt ja sowohl männliche Aspekte als auch weibliche sind alle in ihm vereint. Er ist ja der Schöpfer aller Dinge. Schöpfer von Mann und Frau. Natürlich hat er beide Komponenten in sich vereint. Oder was wirst du noch sagen? Ja, ich würde sagen, dass mittlerweile da schon, insbesondere in der evangelischen Kirche, Leute so verrückt sind, also die überlegen jetzt schon eine Bibel Übersetzung rauszubringen, wo dann Gott grundsätzlich als Frau bezeichnet wird. Was ich für kompletten Schwachsinn halte. Es gibt schon Sören. Es gibt Situationen. Es gibt typisch männliche Züge und es gibt natürlich auch typisch weibliche Züge. Und die perfekte Vereinigung ist halt Mann und Frau. Wir beide, ja, also wir beide wissen. Die ergänzen sich da wie so ein Puzzleteil. Das sind dann zwei Kugelhälften, die dann eine Kugel ergeben. Und wir beide führen hier bestimmt nicht die perfekte Ehe. Ich habe furchtbare Schwächen. Sie hat furchtbare Schwächen, die sie irgendwann erkennen wird. Und, ja, meine Güte, Liebe beginnt immer da, wenn man zu den Schwächen vom Partner ja sagt. Absolut meine Überzeugung. Auch zu den Schwächen. Zu den Vorzügen natürlich auch. Ist wieder leichter. Ich glaube es kann. 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 Die Frau verfügt nicht über sich selbst. Also geht es ja mehr um etwas anderes. Ich meine das sind natürlich auch so. Ich meine da gibt es auch noch im ersten Korintherbrief Kapitel 7. Inspirierende Stellen. Und ich meine das ist ja ganz klar ein sexuelles Thema und so. Und wir wagen uns da jetzt einfach mal ganz frech heran. Für die fünf Zuschauer, die uns, also die sich das heute jetzt hier angucken. Zum Beispiel, wie ist das in Vers 4 oder? Wenn was 4 vorne dran steht? Ja, 1. Korinther 7 Vers 4 ist das. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann und andersherum. Das heißt, also ich darf mich zum Beispiel der Anja auch nicht einfach so entziehen, wenn die jetzt gerade Bock auf irgendwas hat. Vielleicht heute Morgen haben wir schön geputzt hier. Ja, das stimmt. Und dann, ich wollte mich eigentlich bloß faul auf dem Balkon hocken, ein Bier trinken und eine Zigarette rauchen. Und dann habe ich ein bisschen Theater gemacht und wollte alles sauber haben. Und dann habe ich so ungestresst. Ich meinte, das ist ja völlig normal. Und schön ordentlich. Wir Männer, wir kennen bloß zwei Gefühle. Schlafen oder cool sein. Frauen haben an einem Tag alle Gefühle, die du auf den Smileys bei Facebook drücken kannst. Genau. Das ist für die völlig normal. Wir sind völlig unterschiedliche Wesen. Und wenn man das packt, zusammenzuhalten. Ich kenne Paare, die sind seit 15 Jahren zusammen, trauen sich aber nicht zusammenzuziehen. Und dann geht es ja erst richtig los. Die Anja sagt mir ab und zu, ob ich nicht Lust habe, mal wieder meine Socken zu wechseln. Und ich sage doch, ach, die stehen ja noch nicht mal. Also Männer riechen ja manchmal schneller als Frauen. Die kann ich auch locker nach zwei Wochen tragen. Also schwitzen ein bisschen schneller, sage ich mal, die Männer. Also im Allgemeinen. Und ich habe neulich hier so ein Punker-Pärchen auf dem Balkon sitzen gehabt. Das könnten meine Kinder sein. Also ich bin 50 und die ungefähr 25. Und dann hocken die hier. Der eine mit leichtem Bartwuchs erzählt mir, er will Rockstar werden. Und ich meinte, ja, das wollte ich auch mal werden. Und weißt du was? Ich kann sogar Gitarre spielen. Und ich meine, ich mache immer noch gerne Musik und so. Aber ich mache mir da nichts mehr vor. So von wegen deutscher Antwort auf James Hepfield oder sowas. James Hepfield ist der Gitarrist und Sänger von Metallica. Eine völlig unbedeutende Band aus San Francisco. Beste Bände der Welt. Übrigens die einzige Band, die es wirklich geschafft hat, auf allen sieben Kontinenten inklusive der Antarktis zu spielen. Aber natürlich nicht so cool wie ACDC. Hast du aber nicht zu dem Thema gehört? Doch, ACDC passt ganz gut. Ach ja, ACDC heißt nämlich Wechselstrom Gleichstrom. Also... Ne? Ne, war ich wechselt. Doch? Ach ne, genau. Direct Current ist Gleichstrom. Alternate Current, Direct Current. Direct Current ist Gleichstrom. Und es ist halt im Australischen eine leichte Anspielung auf Bisexualität. Auf Bisexualität. Und das kann ja schon mal passieren. Also in meiner Sturm und Drang Phase, da hatte ich tatsächlich Erlebnisse und ich bin da ganz offen. Also gebumst habe ich meines Wissens mit niemandem. Äh, mit keinem Mann würde ich sagen. Nicht mit niemandem. Also ist mir nichts bekannt. Ne, frau ich auch jemanden. Ne, also ich meine natürlich... Ne, ich rede jetzt nur von Männern. Ich weiß, aber das muss ich auch so ausdrücken. Mit niemandem stimmt nicht. Also ich hab da mal, aber unter Einfluss von sehr viel Jack Daniels. Äh, mit einem Freund, mit dem ich mich eigentlich ganz gut verstehe. Den ich übrigens 20 Jahre später wieder im Rahmen des nationalen Widerstands wieder getroffen habe. Wir haben beide gelacht, wo wir uns wieder gesehen haben. Ach Gott, du bist auch hier gelandet und so. Und ja, da bin ich halt mal ein bisschen abgestürzt und so. Hab dann erstmal beim Versuch, mein Gleichgewicht zu halten, eben seine halbe Dusche kaputt geschlagen. Also aus Versehen wohlgemacht. Ich glaub, das ist ja so. Nein, aber ich meine, das kann man ja mal als Beispiel bringen und so. Ich war nämlich danach zwei Tage wirklich in der Identitätskrise. Also ich bin da rumgeirrt und hab überlegt, ach Gott, ne, ich hab mit dem Mann rumgeknutscht, ey. What the fuck. Du bist dann da sicher, bin ich jetzt immer noch heterosexueller oder bin ich jetzt etwa doch schwul, ne? Und ehrlich gesagt, wo ich dann das nächste Mal mit mir selber Liebe gemacht hab, da hab ich dann wieder gewusst, woran ich denke. Währenddessen? Und das sind halt Frauen. Eine Frau. Seit fünf Jahren ist nur eine Frau. Hoffentlich nur eine Frau. Definitiv. Und ja, bloß mal so als Beispiel. Also, ich musste halt, wie gesagt, diesen 25-Jährigen da hier beibringen. Ich hab gesagt, pass mal auf, Alter. Die waren beide bei mir auf dem Balkon drauf. Und die waren ein Pärchen. Der eine, naja, so ein richtiger Nachwuchspunk halt. Sehr schicke Frisur, sehr lange Fingernägel. So kann man natürlich nicht vegetarisch spielen. Er hat gesagt, es gibt Assi-Punks und es gibt Luxus-Punks. Ja, nee, nein. Doch, hat er gesagt. Ja, Punk muss Assi sein. Mit angeklebten Fingernägeln. Punk muss Assi sein. Eigentlich schon. Sonst ist es kein Punk. Also, es passt nicht wirklich, wie er sich dann schminkt oder so. Also, ich bezeichne mich als als Punk mit langen Haaren. Jo, so ein bisschen Metal ist natürlich dabei und so. Eigentlich ist es sogar mehr Metal. Ja, ja schon. Also, ein Punker bist nicht wirklich. Nee, nicht so richtig. Dafür bin ich zu anständig. Ja, doch. Du bist zu anständig. Und ja, und dann das Mädel daneben. Denkt darüber nach. Ja, und ich habe doch ihre Apfelsinen unter der Brust gesehen. Dann habe ich gesagt, pass mal auf. Du hast leichten Bartwuchs. Mann. Du. Ich sehe deine Titten durch das T-Shirt. Frau. So einfach ist es. Dann hat sie gesagt. Ja, noch. Und wenn ihr jetzt ganz brav bleibt. Ihr könnt ja so viel Punk machen, wie ihr wollt. Das hat jahrzehntelang geklappt. In den 80ern. Da hat kein Punk darüber nachgedacht, sich umoperieren zu lassen. Und heutzutage wird denen schon in der Schule beigebracht, dass sie sich ihr Geschlecht irgendwann aussuchen können. Das ist völliger Schwachsinn. Und hier sind wir wieder bei der Kernbotschaft dieses Videos. Das ist wirklich so furchtbar, was da mittlerweile abgeht. Dass da Leute dann über ihre Identität nachdenken. Ich komme jetzt mal zu einem Satz, den ich irgendwo mal gelesen habe und den ich absolut unterschreiben kann. Und das hat eindeutig... Also ich meine... Ich glaube nicht, dass es viele... Na gut, in Amerika, da ist ja sowieso ein sehr Schwachsinn erlaubt. Sogar Waffenkontrolle gibt es da überhaupt nicht und so. Ich bin sehr froh, dass es in Deutschland vernünftige Waffengesetze gibt. Und sie verlangt... Hallo, lass mich doch mal... Ja, du redest von Waffen. Und du unterbrichst mich schon wieder. Vibe. Schweig. Sie verlangen von uns, dass wir sie akzeptieren. Dabei akzeptieren sie sich nicht mal selbst so, wie sie Gott eben gemacht hat. Ja. Ich habe irgendwann akzeptiert, dass ich ein Mann bin. Vielleicht bin ich ein ziemlich schwacher Mann. Na und? Ich habe andere Stärken. Als? Bitte? Welche andere Stärken hast du denn? Ja gut, er hat auf jeden Fall einen starken Bartbruch. Sie würde nicht sagen, dass er mal eine Frau ist. Das reicht doch schon. Ne, aber man sieht bei dir schon, dass du keine Frau bist. Obwohl er langhaarig ist und so. Mit Schwäche meine ich jetzt nicht unbedingt körperliche Schwäche, sondern... Mentale Schwäche? Ich habe... Ich habe eine... Ich habe einen leichten Hang zu selbst versuchen. Na, größter. Ich probiere manchmal aus, wie viel Alkohol der menschliche Körper verträgt. Bevor er dann vernichtet wird oder was. Naja. Ja. Meine Frau ist der einzige Mensch, der keine Schwächen hat. Ich frage mich bis heute, warum die überhaupt Christin geworden ist. Wenn ich schuldfrei bin, dann brauche ich eine Christin. Ich habe nicht gesagt, dass ich schuldfrei bin. Das habe ich nie gehört. Dann bekenne deine Sünden. Ich habe nur gesagt, meine Sünden sind im tiefsten Meer versägt und Gott wird ihre nie wieder gedenken. Erinn doch mal eine. Das gilt auch für die zukünftigen Sünden. Ach komm, jetzt bitte. Das gilt. Gott hat sie alle weggewaschen. Ich habe gerade eine Sünde zugegeben. Das musst du auch eine zugeben. Ich habe keine. Gott sieht mich in Jesus. Und wenn Gott mich in Jesus sieht und Jesus ist wunderschönig reingewaschen, dann bin ich auch reingewaschen. Ich finde deine Theologie ein bisschen falsch. Dass wir immer Sünder bleiben. Das stimmt nicht. Wir sind geheiligte in Christus. Das steht in der Bibel drin übrigens. Okay, das war ein indirektes Outing. Also sie hat ihre Überheblichkeit ganz offen zugegeben. Nein, das steht in der Bibel drin. Ihre maßlose Arroganz und ihre Selbstverliebtheit und ihre Selbstgerechtigkeit. Das weiß ich gar nicht wahr. Was alles viel schlimmer ist, als alldolabhängig zu sein. Wir sind geheiligte in Christus. Hast du schon mal in die Bibel eingeguckt? Die Bibel? Da, schlag mal auf. Was? Du wirst in der Lage sein, eine Sünde zuzugeben. Ich lese jetzt mein Bibelfers vor, das du noch nie gelesen hast anscheinend. Jetzt weiß ich natürlich nicht genau. Die Anja hat vor mir noch nie mit einem Mann geschlafen. Stimmt. Du gibst es also zu. Das war keine Sünde, ich war verheiratet. Und davor? Weil ich auch mal nicht verheiratet. Das ist ja französisch. Und erwischt. Touché. Touché. Ja gut, ich war nicht immer Christin. Ich habe mich in der ersten Ehe... Darf ich mal mich verrechtfertigen hier? Das meine ich übrigens mit selbstgericht. Ich habe mich ein Jahr nach der ersten Eheschließung bekehrt zu Jesus Christus. Ich will mich nicht ausreden. Das ist schon mal so furchtbar mit dem Macho da. Alles klar. Aber nur so rein. Und so ist sie an Dauern. Ich halte das hier volle Kanne aus. Ich liebe das, weil ich weiß, dass sie völlig bescheuert ist. Sie weiß, dass ich völlig bescheuert bin. Und wir ziehen das hier noch durch. Schatzi, gibt es noch irgendwas wesentliches zu übermitteln? Ich wollte sagen, dass wir gleich den Christus sind. Die halbe Stunde haben wir voll. Geliefte in Christus zu rennen. Aber ich weiß nicht genau, wo sie steht. Ich kann nicht kurz machen. Also bei mir steht es im Herz. Ich kann ganz kurz... Ach, jetzt glaubst du mir, dass ich sündfrei bin, laut Bibel. Du bist nicht sündfrei, du bist schuldunfähig. Aber du bist nicht sündfrei. Du sündigst jeden Tag. Gott hat meine Sündetivs mehr versenkt. Ja, aber du sündigst jeden Tag. Ich auch. Wieso steht da drin, dass wir Heilige sind? Wir sind Heilige, die immer noch sündigen. Ganz klar. Du bist dir sicher, dass es das Publikum interessiert, dass wir uns hier uneinig sind. Kommt, da kostest du das Christus? Ich glaube, du übertreibst es gerade ein bisschen. Was denn? Ja, alles. So wie immer. Schön, dass du so gut aussiehst. Heilige in Christus. Heilige in Christus. Das reicht mir schon. Das mit der Intelligenz ist mir gar nicht so wichtig bei Frauen. Ich habe immer ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, ich bin ein bisschen intelligenter als das Weit, mit dem ich mich paare. Und um sie zu verstehen, trinke ich manchmal so viel, dass ich ungefähr so intelligent bin wie sie. Du bist so ein böser Mensch. So, jetzt heben wir nochmal unser großes Vorbild in die Kamera. Martin Luther. Martin Luther. Wobei ich da auch nicht in allem einverstanden bin. Das mit der Hexenverbrennung. Eine Frau ist da völlig anderer Meinung. Aber die lasse ich aus taktischen Gründen nicht zu Wort kommen. Ich rede heute nichts mehr. Nicht, dass unsere Friedensbotschaft noch falsch verstanden wird. Und hier die nächste Razzia stattfindet. So, wie spricht Paulus die Korinther an? Wenn meine Frau wüsste, wie man ein Maschinengewehr bedient, dann würde die sofort in die nächste Moschee rennen und alles niederpallern. Wir haben mal einen kennengelernt, der hat sich mir vorgestellt als buddhistischer Waffenhändler. Das musst du dir mal vorstellen. Da habe ich gedacht, also was denn jetzt, Buddhismus oder Waffenhändler? Ich dachte, die Buddhisten wären so friedlich und so. Im Leben nicht. Ich gucke jetzt seit viel von Heinz Becker, gespielt von Gerd Dudenhöfer. Einen Künstler, den ich sehr verehre. Immer wenn ich traurig bin, dann gucke ich mir eine Sendung von dem an und so. Auch Wiederholungen und so. Ich habe ihn einmal live gesehen in der Nähe von Frankfurt. Das ist so geil, wie der einem die Welt erklärt und so. Gut, er ist auch politisch einigermaßen auf unserer Welle. Aber wir wollten nicht politisch werden. Also unsere Kernbotschaft ist, wir halten überhaupt nichts davon, dass man sein Geschlecht umwandelt. Man soll sich so akzeptieren, wie man eben ist. Und das gilt halt wirklich weltweit. Ich glaube auch nicht, dass ich das durchsetzen will. Und da bin ich, also ich als jemand, der schon zweimal eine Partei mit viel Blau im Hintergrund gewählt hat, sogar Mitglied war. Ja, gib doch einen. Also die meisten Moslems, die ich kenne, die sind total harmlos und friedlich und alles. Die wollen nur leben. Ich beobachte das jeden Tag hier vom Balkon aus. Die sind fleißig, die machen ihre Häuser schön und so. Die kaufen alte Häuser und machen die dann schön. Die können arbeiten. Manchmal nervt es mich ein bisschen, wenn ich ein bisschen länger schlafen will oder so. Ich werde dann manchmal morgens von der Bohrmaschine geweckt und so. Im Wecker brauche ich ja nicht. Aber allein daran wird schon dieses ganze Zeug scheitern. Das ist der ganze Genderwahnsinn und so. Das wird sich nicht durchsetzen. Davon bin ich absolut überzeugt. Von den jungen Fläschern. Da rennt doch so viele. Die Jungen, die wissen gerne, was es geht im Leben. Ach komm. Das ist Fakt. Aber über die Hälfte der... Nee, die Moslems, die sind da anders drauf und da haben sie auch recht, finde ich. Weißt du, du kannst nicht jeden Schwachsinn durchgehen lassen. Das ist einfach so. Und jetzt haben wir halt gerade eine Regierung, die halt wirklich jeden Blödsinn macht. Zum Beispiel einfach mal Russland den Krieg erklären und so. Wir haben eine Außenministerin, die ruft die Bundeswehr an. Also die ja so gut wie kaputt ist. Die ruft die Bundeswehr an, wenn sie zum Friseur muss. Das stimmt wirklich. Uns verbietet sie zu fliegen, beziehungsweise es wird immer teurer wegen der CO2-Steuer. Ich würde auch gerne mal wieder nach Mallorca oder so. Aber nee. Und die guckt jeden Tag in der Gegend rum. Für die ist es völlig normal. Und mir erzählen, wie ich mein Leben zu führen habe. Und wenn ich sage, es gibt bloß zwei Geschlechter, dann bin ich ein Nazi. Super. Ich bin gar nicht kein Nazi. So, ich will jetzt noch was zum Thema sagen, ob ich sündige manchmal. Also es steht in 1. Johannes 3, Vers 6 folgendes. Wer in ihm, also in Jesus Christus bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, hat ihn nicht gesehen und ihn nicht erkannt. Der steht also im Urtext, sündigt nicht beständigt. Beständig. Nicht beständig. Also nicht die ganze Zeit. Also ein Mensch, der Christ geworden ist, der sich reinwaschen hat lassen von Jesus Christus. Der sündigt nicht beständig. Das heißt, er lebt nicht in Sünde. Es kann sein, dass er sich verfehlt und mal was Falsches tut oder sagt oder macht natürlich. Aber er wird niemals jetzt zum Beispiel in einer homosexuellen Partnerschaft leben. Oder... Du weißt schon, dass Frauen nicht predigen dürfen. Ich erkläre nur diesen Bibelfers. Was hast du jetzt gefunden? Hm. Jedenfalls stimmt es so nicht, dass ich jetzt irgendwie die Sünden bekennen sollte. Also ich... Die Katholiken machen das falsch, meiner Meinung nach. Ja. Die müssen ja abends mal beichten und so. Wenn man einmal Jesus Christus angenommen hat, muss man nicht mehr beichten. Natürlich sagt man zu Jesus noch, was man jetzt meint, was man falsch gemacht hat. Und ob er einen vergibt. The meaning of my wife is the meaning of life. Ah ja. So jetzt was hast du. Ich fahre. Okay. Okay. Yes. Okay. Oh. Es ist gut. Ich glaube mir, dass du in deine Augen School bist. Ich wollte gleich geschrieben. Ich wollte gleich geschrieben. Wir wollen keine Rockstars werden. Wir singen so fast. Und das ist alles gut. 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 Oh, yeah. Ich wollte nicht, es könnte es nicht mehr Zeit. Ich konnte es nicht mehr sein. Ich konnte es nicht mehr wissen, dass du nicht mehr warst. Oh, yeah. So if you want to love me, then darling, don't refrain. Oh, I just end up walking in the cold November rain. Do you need some time on your own? Do you need some time all alone? Everybody needs some time on their own. Do you know you need some time all alone? I know it's hard to keep an open heart. When even friends seem hard to harm you? Do 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 do. So Martin, ich bin scheiße. Ja. Ach so. But if you didn't feel a broken heart, One time we ought to charm you Sometimes I need some time on my own Sometimes I need some time all alone Yeah, everybody needs some time on their own Don't you know you need some time to be all alone Don't you know you need some time to be all alone And when your fear's upside and shadows still remain I know that you can love me when there's no left to blame Nehmt es bloß sich an So never send the darkness, still find a way Also wir schaffen es seit fünf Jahren Und wie du ich es mit dir? Cause nothing lasts forever, every cold November rain Das ist dann noch so eine Phase Genau, bitte Everybody needs someone Everybody needs someone Everybody needs some iron Everybody needs someone Natürlich ist das fantastische Ends, oder? Geht man nach Moskau so wieder? So? Alles klar Alles klar Ja, das war November Rain, in Lichtperfektion ausgeführt. Ja, und ja, wir lassen uns immer vom Heiligen Geist führen bei unseren Vorträgen. Und manchmal haben wir uns dann nicht so gut geübt. Also wir legen überhaupt keinen Wert auf Perfektion. Ja, aber unsere Zuschauer vielleicht. Dann sollen sie sich gefährlichst andere Leute suchen. Also wir sind fehlerhafte Menschen und sind ein bisschen zu spontan manchmal. Also ich will immer noch ein bisschen durchgehen, was wir zuerst reden, was wir dann noch machen. Irgendwann sind wir so spontan machen und dann kann es passieren, dass man nicht so gut vorbereitet ist. Und dann kommt das dabei raus. Also ich kenne Leute. Aber es war wohl auch ein bisschen gut. Also ich habe ja schon viel Spaß mit Rockmusik machen gehabt. Also auch auf Bühnen. Ich glaube, mein Rekord war, glaube ich, ein Publikum von 500 Leuten. Mein Rekord an Geldverdienen war einmal, aber für die gesamte Band 1000 D-Mark. Aber ich habe da nie... Also es hat immer Spaß gemacht und vielleicht mache ich das auch wieder. Ich versuche gerade, wieder eine Gang zusammenzukriegen und so. Habe hier ein gutes Verhältnis zu meinem Bruder als Schlagzeuger und so. Und zu meinem Sänger. Und jetzt müssen wir halt gucken, der Proberaum steht. Aber ich mache mir da nichts mehr vor. Und wir versuchen hier, also Anja und ich, wir sind im Moment dieses Fernandeküpfers. Mehr Leute sind es nicht. Wir wissen, dass wir ein paar Fans haben. Wir wissen, dass wir einen Haufen Leute haben, die uns völlig scheiße finden. Das wissen wir alles. Wir freuen uns jetzt schon auf die negativen Kommentare. Aber das beeindruckt uns nicht. Es gibt auch Menschen, die uns mögen, Sören. Das gibt es auch. Ich bringe jetzt einfach mal noch so einen Nazi-Spruch. Viel Feind, viel Ehr. Ich wollte damit noch ausdrücken, es geht ja nicht um uns beide. Dass wir fehlerhafte Menschen sind, ist klar. Aber es geht um Jesus Christus und der ist vollkommen. Und auf den wollen wir hinweisen. Das einzige Positive in meinem Leben war der Hetztest. Da oben ist das. Da steht er gerade an der Tür und klopft an. Das kann man ja, warum hängt das überhaupt da? Das hängt da oben. Warum denn? Weiß ich nicht. Das hängt halt da. Also das kann man natürlich auch. Kannst du das größer machen? Nee, warte, warte. Das hängt gerade dran. Ich glaube, das tut es weh. Und? Also das ist ein schönes Gemälde. Das habe ich von einem schwarzen Pfarrer geschenkt bekommen, dem ich mal beim Umzug geholfen habe. Und das drückt es auch so schön aus, so diese Sanftmut vom Herrn. Ja, er drängt sich nicht auf, ne? Also er haut da nicht mit der Axt rein, so und du musst jetzt Christ werden, so wie sich das manche vorstellen. Ich weiß, warum ich meiner Frau nie die Axt in die Hand gebe. Ja, ich habe hier eine Axt. Ich bin ein bisschen brutaler als Sören. Also ich bin eher so der Sanft... Ich meine, ich sehe zwar brutaler aus, aber ich bin der Sanftmütige. In unserem Fall ist es so, dass ich mal ein bisschen mit der Holzhammer-Methode daherkomme. Nicht wahr? Sören, der ist ja ein bisschen sanftmütiger als ich. Aber sie lernt dazu. Es geht jetzt gerade um das Bild und Jesus klopft ganz, sagt da die Herzenstür an. Bei jedem Menschen, mindestens dreimal im Leben. Offenbarung 3, Vers 20. Genau. Und irgendwann, wenn man irgendwann nicht... Irgendwo da steht es. Auf jeden Fall, man sollte irgendwann mal Ja sagen zu Jesus. Aber Jesus ist die Liebe in Person. Und wenn man da immer wieder sagt, nein, ich habe keinen Bock, weil ich will mein eigenes Ding durchziehen und ich bin voller Hass und ich hasse alle und ich könnte alle umbringen. Jetzt hier, es gibt genug Leute, die das so denken. Ich will keinen Namen nennen, ich kenne welche sehr gut sogar. Und der Mensch steht da drin, es war der Menschenmörder, es war der Satan, der war der Menschenmörder von Anfang an. Das steht auch drin, ja. Und viele lassen sich halt auch von Satan leiten. Da muss man aufpassen, wenn man Jesus ablehnt, dass man nicht voll in die andere Sache reinrutscht und sich von jemand anderes beherrschen lässt. Und der andere ist das wie der Sache von Jesus Christus. Und aus meiner ursprünglichen Heimat. Und dann geht es einem selber auch nicht gut. Und dann geht es auf, dass du ihn nicht anbetest. Ja, ich nähe es jetzt gefahren. Und aus meiner Heimat, also was heißt Heimat, also ich war ja als Kind schon mal Christ, dann habe ich mal versucht auszubrechen. Ich habe zehn Jahre lang versucht Atheist zu werden. Ich auch. Das hat nicht funktioniert. Jetzt halt doch mal die Gursch. Darfst du das sagen? Das bei mir genau gemacht. Und der Prediger da, der mich absolut inspiriert hat, der hat zu mir mal gesagt, die meisten Christen tötet Satan ohne Blutvergießen. Wisst ihr, was das bedeutet? Die werden zugeschleimt. Bei den meisten ist es Geld, Karriere, sonst irgendwas. Und irgendwann vergessen sie, dass es Gott gibt. So kannst du Christen am besten töten. Da brauchst du keinen Fallball, da brauchst du keine islamistische Revolution oder sonst was. Du musst die Leute bloß einschläfern. Und immer mit weißem Käse überbacken. Und so läuft das in der westlichen Welt. Und wir erleben hier gerade so einen gewissen Umschwung. Und das finde ich recht interessant. Ich beobachte das teilweise zugegegebenermaßen sogar ängstlich. Aber ich denke dann, ja meine Güte, ich kann ja eh nichts ändern. Ich kann ja nichts anders beten sowieso. Mache ich schon dauernd. Und ja, versuchen mit der Nachbarschaft einigermaßen klar zu kommen. Ich habe neulich erfahren, dass die Antifa einen Anterschlag auf mich geplant hat. Und ich habe es zufällig mitgeklickt, dass ein Kumpel von mir, der auch im weitesten Sinne dieses Family Kurfalls gehört, dass der das verhindert hat. Der kannte da einige Leute und hat gesagt, ey, an den geht ihr nicht ran, der ist okay. Ich habe das gar nicht gewusst. Ich habe da irgendwann mal... Das ist schon eine Weile her, oder? Das ist schon eine Weile her, sicher. Ich mache ja jetzt auch schon eine Weile nichts mehr politisch großartig. Außer solche Videos. Solche Videos mache ich halt noch. Aber ich äußere mich nicht mehr. Also ich sage manchmal noch zu gewissen Themen meine Meinung und so. Gerade heute habe ich halt einiges dazu gesagt, dass ich nichts von Geschlechtsumwandlungen halte. Und habe es auch biblisch begründet. Wie ich denke, einigermaßen glaubhaft. Aber jetzt sehe ich, dass wir schon bei 49 Minuten sind. In diesem Sinne, wir haben ja jetzt zwei Lieder gesungen und unsere Gedanken zum Besten gegeben. Und wir wünschen euch auf jeden Fall sehr viel Spaß im Leben eurer Wahl. Ich wollte dazu vorhin noch was sagen, ja. Zu dem, dass Jesus an die Tür anklopft. Wenn man zu oft ihn abweist und ablehnt, irgendwann ist das Herz verhärtet, dann geht nichts mehr. Und Satan ist ja so, der schleimt sich bei uns ein und verspricht dann irgendwie, ihr werdet reich. Ich würde euch Erfolg geben. Ich würde euch dies und jedes versprechen. Ich stelle euch jetzt noch jemanden vor, der automatisch... Ich rede übrigens gerade noch, Schatzl. Ja, ich verspreche euch Reichtum und dies und jedes und Glück. Und es mag sogar sein, dass es seitdem ganz gut läuft. Weil Satan hat ja auch viel Macht und kann viel ausrichten. Kann auch sogar Wunder vollbringen teilweise. Aber letzten Endes hat Gott immer mehr Macht und mehr... Oh, jetzt kommt der mit seinem Tier wieder an. Jedenfalls, ich wollte noch sagen, dass wir am Schluss, kann es sein, dass man total kaputt ist und am Schluss macht einen Satan kaputt. Und Satan ist der Menschenmörder von Anfang an. Der will nur unseren Tod, er will was Schlechtes. Ja? Er benutzt uns nur, um noch viel mehr Blödsinn zu machen. Aber er will uns niemals wirklich helfen. Das war mein Schlusswort. Und das machen wir gar nicht, uns arme Tierchen. Für arme Tier. Du wolltest eigentlich schon schlafen. Das hier ist mein einziger Freund. Ja. Nee, mein Freund ist Jesus und deiner Nummer ist er auch. Hör auf, das Tier zu ärgern. Was ist das Tier? Nee, das ist ja jetzt bloß als Exempel. Ich weiß, dass der mich liebt. Ich glaube, das kann ich nicht schlafen. Also Tiere können keine Scheiße bauen. Das einzige Lebewesen, das Scheiße bauen kann, ist der Mensch. Also der meint Sündigen mit Scheiße bauen. Tiere machen automatisch das, was Gott will. Es gibt diesen alten Spruch. Wer die Menschen kennt, liebt die Tiere. Ja. Deswegen lebe ich mit Tieren zusammen. Und anderen. Ja, Schwebeln. Ich habe aber im Weib als alles. Schwebeln sind ja im Prinzip auch. Also. Sündig, dass nichts Falsches rauskommt aus deinem Mundwerk. Gut, Schwebeln sind ein bisschen gefährlicher als Katzen, aber ich habe die schon im Gesicht. Was meinst du? Ich habe keine Ahnung. So. Jetzt schalten wir die Kamera aus und dann streiten wir uns weiter. Ja, wir streiten noch. Wir lieben uns. Wir lieben uns. Ich kriege heute keinen mehr hoch. Scheiße. Also okay. Bist du zu spät. Na, dieser Erfolgsdruck. Ich bin schon müde jetzt. Ja, ahnung. Ich will eigentlich noch rumlagern. Ja, genug Gerede. Jetzt haben wir fast eine Stunde schon. Nee, mit dir persönlich, meine ich. Das können wir auch noch machen. Also wir verabschieden uns von unseren Hatern und auch den Followern, die uns wohlgesonnen sind. Und übrigens. Wir wünschen euch allen, lasst mal mich kurz ausreden, wünsche euch allen von Herzen Gottes Segen. Und die, die sich noch nicht bekehrt haben zu Jesus, die wünschen mir sehr viel Glück und Weisheit, es doch irgendwann zu tun in diesem Leben. Wenn irgendwelche Probleme da sein sollen, sie irgendwann am Boden sind und nicht mehr weiter wissen, dann können sie Jesu Hand ergreifen. Im übertragenen Sinne ja sagen, ich gebe zu, ich habe es verschissen. Ich habe missgebaut. Hilf mir da raus. Ich will dir dienen in Zukunft. Du bist mein Herr. Wenn man das sagt zu Jesus, dann wird alles besser. Und um nochmal auf die Kernbotschaft. Wir haben beide schon erfahren. Und um nochmal auf die Kernbotschaft unseres heutigen Vortrags zurückzukommen. Nehmt euch so an, wie ihr seid. Euer Geschlecht hat Gott bestimmt. Du bist ganz schön vorlaut. Ich darf das so sagen. Nee, du bist eine Frau. Ja, weil ich eine Ahnung habe. Ja, weil ich eine Ahnung habe. Jetzt kommt der Mann, der meint, was ist besser. Wenn ihr euch nicht sicher seid, was für ein Geschlecht ihr habt. Geht mal unter die Dusche, dann seht ihr euch selber nackt. Ja. In der Körpermitte. In der Körpermitte. Da habt ihr entweder was hängen oder eben nicht. Je nachdem. Und dann wisst ihr wieder, ob ihr Mann oder Frau seid. Und Gott wollte, dass ihr das seid, was ihr gerade seid. Und Gott bestimmt hier nicht. Wir kleinen Menschlein, die keine Ahnung haben. Also bloß, weil ich mal eine Sinnkrise habe, da habe ich mir nicht den Schwanz ab. Und sie hat sich auch nicht die Titten ab. Bloß, weil sie mal merkt, ach Gott, das ist ja total unfair, dass Männer stärker sind als Frauen. Also meine drei Kinderchen lieben, liebten meine Busen sehr. Und da kam gute, gute Milch raus. Alles von Gott gegeben. Und wenn ein Mensch, also ein Mädchen, sag ich mal, echt die Dinger abmachen lässt, was gerade echt Mode ist, dann kann irgendwas nicht stimmen. Also sie wird es sehr stark bereuen, das kann ich ihr versprechen. Und? Es ist nicht Gottes Wille, es ist auch für das Menschenkind nicht gut. Also ich profitiere jede Nacht davon, dass sie so schöne Titten hat. Und das bedeutet mir was. Sogar er macht es. Meine Kinder und er. Gut, ich saug da jetzt keine Milch raus oder so. Da ist auch nichts mehr drin. Ich mache da andere Sachen mit, die euch wirklich nichts. So, jetzt brechen wir ab, bevor es hier in die Schmuttelecke kommt. Wir wünschen euch eine gute Nacht. Und denkt mal darüber nach, ob es nicht sinnvoller wäre, euch Gott unterzuordnen. In diesem Sinne. Sieg Heil. Peace. Ja, Victory. Gott mit uns, tapfer und treu. Genau. Ciao, ciao.